Musik Hi, der Mario von Musikmesse TV. Herzlich willkommen auf der Musikmesse Frankfurt 2014. Neben mir ist der Jens. Jens, hallo. Guten Morgen. Jens, erzähl doch mal, ihr habt ganz große Sachen vor. Ja, wir werden im Sommer 2015 das größte Orchester der Welt auf die Beine stellen. Hinter mir hat man es schon gesehen. Wir füllen das Stadion, ist der Projektname. Wir haben ein Riesenprojekt, ein Riesenorchester und wenn wir das geschafft haben, gibt es noch eine große Stadionparty mit namhaften Bands hinterher. Also müsst ihr unbedingt dabei sein. Jawohl, das klingt sehr spannend. Habt ihr denn auch eine Website, wo man sich informieren kann? Wir haben eine Webseite www.wirfüllendastadion.de, da kriegt ihr alle Informationen. Natürlich auch bei Facebook sind wir präsent. Schaut einfach mal vorbei, es wird super. Alles klar, klasse. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sagen Tschüss. Macht's gut und seid dabei.